Ich komme jetzt aus dem Beratungsgespräch mit Dr. Lenz wegen einer Brustvergrößerung und er hat mir auf jeden Fall meine Angst genommen, weil durch die ganzen Medien ist ja alles aufgepuscht worden, alles negativ. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, alle meine Fragen wurden beantwortet und ich denke, dass ich mir auf jeden Fall einen Termin geben lasse und die Operation machen lassen werde. Vielen Dank.